Was ist die Artgerechte Ernährung? Jedes Tier, Hund, Katze, Maus, hat seine artgerechte Ernährung. Sonst werden diese Tiere krank. Das soll für uns Menschen nicht gelten? Wohl kaum. Mittlerweile ist unsere Ernährung so einseitig geworden, dass wir an immer mehr Zivilisationskrankheiten leiden. Die artgerechte Ernährung gilt also auch für uns. Werden Sie Ihr eigener Ernährungscoach. Mein Wissen ist für viele Ärzte so neu, dass sie selbst aktiv werden müssen. Wissen, dass es funktioniert und wie, ist der wichtigste Schlüssel zum Erfolg. Wissen, dass es funktioniert und wie, ist der wichtigste Schlüssel zum Erfolg.